Egal ob Menstruationsbeschwerden, Zyklusunregelmäßigkeiten, Wechseljahre, Kinderwunsch, der Jamswurzel soll so einiges nachgesagt werden in positiver Hinsicht. Was ist eigentlich wissenschaftlich dran? Was kann die wilde Jamswurzel? Und da haben wir schon das erste Schlagwort. Die wilde Jamswurzel ist nicht zu verwechseln mit der Jamswurzel, die in Asialäden zu kaufen ist und als Grundnahrungsmittel in vielen Teilen Afrikas zum Beispiel gilt. Die wilde Jamswurzel kommt in den subtropischen und tropischen Regionen, auch in Mexiko, vor. Sie wird in diesen Teilen auch als Heilpflanze genutzt. Und warum das Ganze so ist, das versuche ich jetzt mal aufzudröseln. Mein Name ist Dr. Med Konstantin Wagner, ich bin Frauenarzt und mit diesem Kanal möchte ich wissenschaftliche, aber verständliche Informationen teilen und die Frauengesundheit wieder mehr in den Fokus rücken, die in den letzten Jahrzehnten ein bisschen zu kurz kam. Wenn dir die Inhalte gefallen, du das unterstützen möchtest, dann lass mir bitte ein Abo da und kommentiere fleißig unter den Videos. Was die wilde Jamswurzel so interessant macht, ist, dass sie einen Stoff enthält, der sich Diosgenin nennt. Und Diosgenin ist quasi eine Vorstufe, ein chemisches Molekül, was vielen körpereigenen Hormonen relativ ähnlich ist. Zum Beispiel dem Progesteron, also dem Gelbkörperhormon der Frau, aber auch dem Cortison. Wir Menschen können also Diosgenin nutzen als Grundbaustein, um Hormone herzustellen in einem Labor. Und das ist ein großes Schlagwort. Unser menschlicher Körper enthält hochwahrscheinlich nicht die enzymatische Ausstattung, um selbst aus Diosgenin entsprechende Hormone zu bilden. Da ist die Wissenschaft sich sehr einig. Was man davon aber abgrenzen muss, ist, dass die wilde Jamswurzel dennoch homöopathische Wirkungen zeigen kann, wo sich aber auch die Studien teilweise direkt widersprechen. Vorab ist aber wichtig zu wissen, dass wenn es um zum Beispiel die bioidentische Hormonersatztherapie geht, dazu habe ich dir ja hier schon ein ausführliches Video gemacht, dass diese Hormone teilweise, zum Beispiel auch das Progesteron, aus der Jamswurzel gemacht wurden, aus dem Diosgenin. Das bedeutet jetzt aber nicht, wie ich in dem Video auch mehrfach erkläre, dass bioidentische Hormone pflanzlich sind oder sehr natürlich sind, sondern sie sind auch im Labor hergestellt, haben nur einfach chemisch komplett dasselbe Bild wie das körpereigene Progesteron zum Beispiel. Im Umkehrschluss dachte man natürlich viele Jahre, toll, dann nehme ich doch einfach wilde Jamswurzel zu mir, das Diosgenin wird aufgespalten und irgendwie schafft es der Körper schon daraus Progesteron zu bilden. Also nehme ich etwas Pflanzliches zu mir und bilde daraus mein bioidentisches Progesteron. Wäre ja ziemlich genial, scheint aber leider nicht zu funktionieren. Ich habe ja anfangs schon erwähnt, dass die wilde Jamswurzel vielfach eingesetzt wird, ob es bei PMS ist, bei Myomen, teilweise sogar zur Verhütung, auch bei Menstruationsbeschwerden, Zyklusunregelmäßigkeiten, Osteoporose soll sie entgegenwirken. Sie wirkt aber anscheinend oft auch bei Gallenkoliken und Rheuma. Und jetzt kommt diese homöopathische Wirkung wieder ein bisschen ins Spiel, denn sie wirkt tatsächlich entzündungshemmend, entkrampfend und verdauungsfördernd, weshalb sie auch bei Magen-Darm-Problemen oftmals zum Einsatz kommt und auch Wirkung zu erzielen scheint. Ich habe es auch schon erwähnt, die Studienlage ist sehr widersprüchlich, liegt aber auch daran, dass die Studiendaten sehr mau sind und sehr überschaubar sind und dass das Studiendesign oft auch sehr fragwürdig ist und länger als zwölf Wochen Follow-up gibt es teilweise gar nicht, sodass Langzeitdaten eben nicht vorhanden sind. Es gibt aber viele Fallberichte, die von einem positiven Effekt sprechen, auch bei den Wechseljahren. Hier darf man aber auch nicht vergessen, das erziele ich ja in dem Wechseljahr Coaching von uns ganz ausführlich, dass ein Placebo-Effekt von bis zu 30% keine Seltenheit ist. Also ein Drittel der Frauen spürt eine Verbesserung, obwohl vielleicht gar kein Wirkstoff in einer Tablette oder in einem Gel ist. Und ein ähnliches Phänomen kann man sich eben auch für die wilde Jamswurzel denken. Das bedeutet jetzt nicht, dass die wilde Jamswurzel überhaupt keine Wirkung erzielt, sondern dass es einfach keine objektiven belastbaren Daten gibt, um das zu verifizieren vielleicht. Stand heute gibt es das noch nicht, aber vielleicht in zehn Jahren haben wir da ein ganz anderes Studiendatenbild. Und es zeigt, dass da durchaus eine Wirkung auf die verschiedensten Beschwerdebilder auch in den Wechseljahren zustande kommen kann. Viele Frauen in den Wechseljahren haben Magen-Darm-Probleme, haben Gelenkschmerzen, haben auch manchmal mit der Galle zu tun. Und wenn sie die wilde Jamswurzel dann eh schon einnehmen, aufgrund anderer Wechseljahresbeschwerden, dann hat dieses Phytotherapeutikum ja schon seine Wirkung erzielt. Wo wir aber bei Wirkung sind, müssen wir auch immer daran denken, alles, was eine Wirkung hat, kann auch Nebenwirkungen und auch Wechselwirkungen haben, die aber genauso wie die Wirkungen noch gar nicht so gut erforscht sind. Weshalb man da sich gut beobachten sollte, wenn du jetzt die wilde Jamswurzel oder anderes Diosgenin zu dir nimmst, dass du dich wirklich gut beobachtest, ob es Veränderungen im positiven Sinne gibt, aber eben auch Veränderungen im negativen Sinne. In welcher Form wird sie eingesetzt? In welcher Form ist sie am wirksamsten? Und traditionell in den Ländern, wo sie schon lange als Heilpflanze genutzt wird, kommt die wilde Jamswurzel in Speisen oder auch Tees zur Geltung. Bei uns zum Beispiel gibt es das nur als Nahrungsergänzungsmittel. In anderen Ländern, zum Beispiel der Schweiz, gibt es das Ganze als Vaginalgel. Kann man sich also wilde Jamswurzel vaginal applizieren. Es gibt es aber auch als Gel für die Haut, als Kapsel, als Pulver, als Tinktur. Das gibt es eigentlich in jeder Darreichungsform. Was heißt das jetzt genau für dich? Solltest du das jetzt mal probieren oder nicht probieren? Ist eine Kann-Option. Natürlich kannst du es probieren, die wilde Jamswurzel anzuwenden. Bitte darauf achten, dass es die wilde Jamswurzel ist und nicht die normale Jamswurzel. Und dann solltest du eben gut schauen, was das mit deinem Körper macht und welche Beschwerden besser werden und welche vielleicht schlechter werden. Hier also wirklich sensibel bleiben. Und dann werden wir mal sehen, was die nächsten Jahre und Jahrzehnte bringen. Ob es hier bessere Studien gibt, ob wir wirklich mal eine Aussage machen können, ob es eine Wirksamkeit oder eben nicht gibt. Vor allen Dingen, was die Wechseljahresbeschwerden angeht. Auch wenn das Ergebnis vielleicht relativ ernüchternd für dich war, so ist die Wissenschaft. Hoffe ich, du hast trotzdem ein bisschen was mitgenommen. Wechseljahre und Ernährung ist aber ein Riesenthema. Es ist ein großer Hebel in der Bekämpfung von Beschwerden. Kannst dir dieses Video gerne mal angucken. Und wenn Bioidentische Hormone dich getriggert haben, schaust dir gerne mal dieses Video an. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss, vielen Dank. Tschüss. 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 Tschüss.